Hallo meine aktiven Spotsammer, willkommen zu diesem Video, heute am Start mit Zymtricks 7000. Ich wohne mit einem Trine, der aber in der Party ist, aber mit dem wir nicht reden können. Und Leute, ich bin gehypt, wir haben den Grand Slam fertig gemacht, ich werde zuerst die Zahlungsbeschäftigung ziehen. Und was wird es? Ja, genau die, die ich auch haben wollte, die Grüne. Oh mein Gott, Leute, erstmal kurz auf die Form P testen, wie es aussieht. Oh mein Gott, das sieht zu geil aus. Gold sieht auch geil aus, aber nichts gibt es geiler als diese Tarnung. Oh, geil. Das zweite Mal werden wir jetzt mit den 20er Bündels, wo wir hoffentlich ein paar Waffen ziehen werden. Haptic Tarnung für die Brettschie. Okay, die nächste wird aufgemacht. Oh, auch nichts Gutes. Harte Zeiten. Da wird auch nichts Gutes drin sein. Fuck my life. Da kriege ich es gezeichnet, nur Tarnung, ey, leck mich. Irgendwas muss doch da drin sein. Irgendwas muss. Ich will das ziehen, Alter. Oh mein Gott. Nein, das ist eine Waffe. Okay, Fireball-Kopf-Temmer sieht gar nicht so schlecht aus. Nein, man, wieder nur eine Tarnung. Ey, leck mich doch. Ich will mich verarschen. Noch 10 Bündels. Die Hälfte ist abgeschlossen. Wir haben 60 Kryptos. Wieder nichts Gutes. Alter. Das Spiel will ich verarschen. Ey. Nein, Eis für die Älter. Let's go. Irgendeine Waffe wird der drin jetzt ziehen. Mein Gott, ich ziehe die nur Scheiße. Schwindler für die Form P. So eine Schweizer Self-Körper-Thema. Da braucht es sowas. Ziemlich gut ist gerade. Noch zwei Stück. Noch eine. Nichts Gutes rausgezogen. Alter, was ist das? Komm, Tagstoffel wird gemacht. Mann, das war für die Vespa. Das Spiel will ich mich so hart ficken. Noch eine. Wieder nichts Gutes. Haben wir noch 60 Stück jetzt? Nice. Nochmal zwei. Verstoß für die Dredge. Das Spiel will ich doch einfach nicht verarschen. Verstoß für die Bredge. Und 21 Stück. Jetzt kommen wir zu dem Drilling. Ich werde meine Augen schließlich jetzt gleich sehen. Warten, warte mal hier. Noch eine normale. Gut, war ein bisschen unversichtlich. Aber nochmal. Hab Zeit. Und jetzt kommen wir zu dem Drilling 3. Also eine besondere Vorratlieferung. Die garantiert drei Waffen fern. Und Nakel. Und keine Duplikation enthält. Es sei denn, alle Waffen des Drilling schonen. Es ist Werner zu kommen. Ich werde nichts sehen. Let's fucking go. Und es ist Spaknas, Lefty und die R70 Ajax. Das sind echt harte Zeiten. Das ist ein ziemlich nix gutes. Zwei Nachkampf und ein Ajax. Und darf glaube ich so viel Kali bezauften. Ich muss noch mal nachschauen. Ja, und bevor ich das angefangen habe, sagte ich glaube ich gerade mal vier Stunden. Ich hoffe es hat das gefallen. Obwohl wir jetzt nur eine Ajax gezogen haben. Ich hätte echt viel mehr gewonnen. Ich habe auch eine Ajax gezogen. Ich habe Angst, dass ich jetzt auch noch ein Lüge verletzen bin. Wie zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung. XMC oder so. Aber nein. Es wird eine Ajax. Scheiße für eine Ajax. Oh mein Gott. Egal Leute, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich wollte da ein bisschen nichts mehr uns. Ciao.